Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter bei Bridge Constructor. Wir kommen in Welt Nummer 2 und... Die Burg wird wieder aus Rhein versorgt, Sire. Sehr gut, dann auf in den Kampf. Das geht nicht, Sire. Warum nicht? Die Feinde sind zu mächtig, denn allein sind wir zu schwach und trauen Verbündete. Allein bedeutet schwach, Verbündete bedeutet nicht allein. Nicht allein bedeutet also nicht schwach. Das ist gut, das ist sehr gut. Berater, wir brauchen Verbündete. Eine brillante Idee, eure Hoheit. Ich werde sofort Nachricht an eure treuesten und vor allem mächtigsten Fürsten aussenden. Ein paar Brieftauben wechselt später. Gute Nachricht, eure Hoheit. Eure treuesten Untergebenden und Freunde sind fast entschlossen, euch zur Seite zu stehen. Oh, ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen kann. Auf in den Kampf, Brust an Brust, die Fahne im Wind. Sire, ich sagte fast nicht fest. Da wäre noch die Frage einer... Nun ja, Rekompensation. Re, re, kom, re, was soll das heißen? Ein Zeichen ihrer Wertschätzung, Sire. Gold, Geschmeide, Edelsteine, Geschenke halt. Oh, ich wusste, dass ich mich auf... Dass ich mich nicht... Oh, ich wusste, dass ich mich nicht auf sie verlassen kann. Was soll ich nun tun? Berate mich, Berater. Unsere Schatzkammern sind voll, Sire. Schicken Sie Karren mit Gold zu jedem Verbündeten, dann können wir Ihre Unterstützung sicher sein. Nun gut, so sei es. Okay, wir kommen zur ersten Brücke. Schauen wir sie uns ja an. Wir sollen die Brücke verstärken und mindestens drei Einheiten müssen Kardinal-Helfgott erreichen. Und wir sollen fünf Einheiten retten. Okay. Dann schauen wir uns diese Brücke mal an. Also, ähm... Der kleine Teil hier, wie viel Gold haben wir denn? Der muss unbedingt verstärkt werden. Einmal. Zweimal. So, diese Konstruktion sollte... Ich weiß es nicht, ob die hält. Aber den Teil nehmen wir auch mal raus. Und machen hier einmal, zweimal. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, da kommt ein Schlag drauf. Da kommt noch mal ein Schlag. Oh, okay. Also, den Teil müssen wir noch ein bisschen... Oh, geht auch so. Also, das war ja einfach. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn die gesamte Brücke irgendwie hält. Aber geschafft ist geschafft. Das war die Runde 1 oder die Brücke 1 in der Welt Nummer 2. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und schauen wir noch, kommt eine Sequenz. Nein, es kommt keine mehr. Dann bis morgen zu einer neuen Runde. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.